Yo Leute, was geht ab? Florian von High Quality Gaming ist hier und heute dödel ich mal ein paar Informationen raus und zwar... Nein, ich fang anders an. Felix und ich möchten uns sehr bei euch bedanken. Wir haben ja jetzt 17 Abonnenten oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ziemlich krass. Also, das... 17 Leute, ich mein, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich viel, aber das ist... Wir finden es echt super, dass ihr uns da unterstützt und so. Also, das finden wir echt richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank an euch. Und ja, dann gehen wir gleich über zum nächsten Thema. Das hängt nämlich damit zusammen. Und zwar, wir haben in letzter Zeit ja nicht wirklich viele Videos hochgeladen. Und es liegt daran, dass wir einfach schulisch im Moment sehr ausgelastet sind. Und ja, ich muss jetzt noch zwei Klausuren schreiben. Nächste Woche Dienstag ist vorbei. Und danach gibt es wieder Videos, Videos, Videos. Jeden Tag dödeln wir euch da was. Eliminieren wir euch wieder Videos in eure Abo-Box. Also, freut euch schon mal darauf. Wir werden unser Ultra-Hardcore-Gedönste da wieder weitermachen. Oh, ich rausreiß gerade fast die Box umschreibtisch. Und ja, damit dann wird es dann weitergehen. Und ja, was denkt ihr? Sollen wir eher das Source-Survival weitermachen? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es schon gesehen habt auf unserem Kanal. Da sind jetzt noch nicht so wirklich viele Videos. Oder sollen wir unser Autarkie-Projekt weitermachen? Also, ja, es würde mich jedenfalls mal interessieren, was ihr da, also, was euch mehr interessiert. Ja, ähm, das war es auch eigentlich schon. Ich will jetzt jetzt, ihr seht jetzt wahrscheinlich gerade einen schönen schwarzen Bildschirm. Naja, egal. Ähm, Hauptsache ihr habt das Video bis zu Ende angeguckt. Ich will es nicht zu lang machen, sonst wird es ja elendig langweilig. Naja, das ist so die Information. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert oder so. Jo, bis dann, Jungs.